Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Kuchen oder ein Wehenbacher ist dank dem fertig ausgewalten Teig immer leichter und bequemer geworden. Beides, ausgewalten Blätterteig und Kuchenteig, offerieren wir Ihnen zur Zeit zum Aktionspreis. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Armin Amrein, er ist heute wieder zu Gast bei uns im Studio, etwas mit dem Teig im Sinn hat, dann liegen Sie wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Richtig, es ist nämlich entdeckter Fleischkuchen mit Appenzeller und sogar der ist weniger aufwendig, als man meint. Grüezi miteinander. Also, lassen wir uns überraschen. Bitte Armin. Das Hackfleisch im Öl anbraten, Zwiebeln, Knoblauch und Peterli ein paar Minuten mittämpfen. Mit Mehl bestäuben, Tomatenpüree zufügen, dann mit Rotwein, Puyo und Pellati ablöschen und mit Pfeffer, Paprika, italienischer Kräutermischung und Salz würzen. Die Soße jetzt eine Viertelstunde einköchern lassen und danach abkühlen lassen. An dieser Stelle möchten wir das Rezept jetzt kurz unterbrechen und gerade loslegen mit dem GoProfit Superspiel. 5x25 Reisen für zwei Personen mit dem Zug auf Zürich an die Titanic-Ausstellung inklusive Mittagessen im Gesamtwert von mehr als 25'000 Franken werden offeriert von den folgenden Marken. Le Bourg Mignon aus pasteurisierter Milch von Tony. Coral Intensiv für Schönheit, wo bleibt. WC-Ente, duftet und reinigt bei jeder Spülung. Johnson's pH 5,5, Feuchtigkeit für trockene Haut. Und Goop Naturaplan Muesli aus biologischer Landwirtschaft. Herzliche Gratulation allen, die gewonnen haben. Die Unterlagen für die Reise auf die Zürich an die Titanic-Ausstellung werden Ihnen in den nächsten Tagen per Post zugestellt. Weiter geht es jetzt mit dem GoProfit Super Treffer und dem Skoda Felicia LX-I 1600 im Wert von 15'990 Franken. Der Skoda Felicia setzt neue Akzente. Mit klaren Formen und zeitloser Eleganz. Und mit inneren Werten bis ins Detail. Vorbildlicher Bedienungskomfort und sinnvolle Detail sorgen für viel Spass beim Reisen. Aussen kompakt und städtisch bietet Felicia innen jede Menge Platz für Kinder und Kegel zu einem herausragenden Preis. Farben genügend serienmässig kann man heute also im GoProfit Super Treffer gewinnen. Der Profitomat hat vor wenigen Augenblicken die richtige Zahl ermittelt. Und wir schauen jetzt, wer das mal Glück hatte. Die Gewinnzahl lautet 5, 6, 9. 0, 1, 3, 6, 0, 4, 2. Herzliche Gratulation der glücklichen Gewinnerin oder dem glücklichen Gewinner vom GoProfit Super Treffer, dem Skoda Felicia. Einen weiteren tollen Wagen verlassen wir dann wieder in 14 Tagen. Das Einschalten lohnt sich also. Auch bei mir lohnt es sich dran zu bleiben. Jetzt geht es nämlich weiter mit dem Rezept. Eine Springform mit Blätterteig auslegen und gut einstechen. Da empfiehlt sich jetzt der runde Fertigteig, der gut auf die Form von 24 cm Durchmesser passt. Richtig den mit dem gerippenen Appenzeller, den Fleischfüllung, Kästäbeln und den Gurkenscheiben belecken. Den Teigrand nach innen klappen und mit dem Ei bepinseln. Einen zweiten Teig als Deckel zuschneiden. Andrücken und ebenfalls mit dem Ei bepinseln. Mit einem kleinen Loch als Dampfabzug kommt der Kuchen jetzt für Dreiviertelstunde in den Ofen. Und am besten riecht er noch lauwarm zusammen mit einem Salat. Fast bei jedem Rezept braucht es irgendwann ein Ei. Wenn Sie sich für Eier von GoProTuraplan entscheiden, sind Sie in guter Gesellschaft. Denn mittlerweile kommt fast jedes zweite Ei, das bei uns gekauft wird, von Hühnern aus tiergerechter Auslaufhaltung. Auslaufhaltung heisst, dass jedes Huhn wählen kann, ob sie sich im Stall, auf dem bedeckten Vorplatz mit Schutz vor Regen oder unter freiem Himmelwild aufhalten. Das Futter darf kein Medikament, kein tierisches Eiweiss und kein künstliches Farbstoff enthalten. Je nachdem, ob das Huhn mehr innen oder draussen war, ob es mehr Gras oder Körner gepickt hat, können deshalb auch beim Dotter unterschiedliche Farbtöne auftreten. Und damit Sie selber auch die Frische jederzeit überprüfen können, ist jedes einzelne von diesen Naturaplan-Eiern mit dem Legedatum bedruckt. Jetzt zu den Aktionen. Unter anderem offrieren wir Ihnen Tollbananen per Kilo für 2,20. Und Selachs Fischsticks von Goldstar kostet im Triopack 6,90. Mit der Go-Profit-Karte gibt es Galahörnli Fein, ebenfalls im Triopack zum halben Preis und ein NatLD Nokia 5110 inklusive Easy-Karte ist 130 Fr. günstiger. Denn Sie wissen ja, Go-Profit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und weiterhin einen schönen Abend. Das war es für heute.